Shakes and Fidget Tagebuch Liebes Tagebuch, ich dummdödel habe vor lauter Aufregung vergessen, gestern wegen 130 Dungeons Stadtmache einzustellen. Das ist natürlich sehr uncool, aber nicht so schlimm, halb so wild, denn ich überspringe mir die Quests und da kommt sowieso genug Gold dann zustande. Naja, schade ist es trotzdem. Oh, der hat schon Epic Shield aus dem Klo. Mit dem Level, na, da nicht schlecht. Level 104, da kann man ja den Schlüssel zum Klo noch gar nicht mal so lange haben, aber ich kann heute dran ziehen, dran ziehen, 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 dran ziehen, ziehen, ziehen. Ja, wer sagt's denn? Einmal ziehen und das Epic ist ein Alle-Attribute-Epic nicht, ein Glücks-Epic auch nicht, sondern ein Intelligenzausdauer-Glück. Geil, leider wenig Rüstung, Mann ey, ein Drittel Rüstung, aber egal, schon ziemlich cooles Epic. Passt auch zu meiner lilanen Robe irgendwie, oder eher auch nicht, naja, wie auch immer. So, gestern, nachdem ich hier Päpster so gefeiert habe mit euch, wegen 130 Dungeons, sind natürlich einige, ja, das war schon ziemlich emotional, einige Fragen aufgekommen. Und oh mein Gott, wir feiern Päpster, er ist der King der Dungeons, der Gott von Shakespeare jetzt. Und es ist natürlich interessant, was der liebe Päpster denn jetzt sieht nach den 130 Dungeons. Ich hab ihn natürlich schon gestern angeschrieben, dann gleich, und ihn gefragt, aber leider kam noch keine Antwort, sobald ich Antwort bekomme, wisst ihr mehr. Aber ein Freund oder Gildenmitglied hat geschrieben, nachdem das jemand gefragt hat, dass er angeblich, das gebe ich euch nicht zu 100%iger Sicherheit, wie gesagt, das hat nicht Päpster selbst geschrieben, und nur der kann's eigentlich wissen, nur er und die Entwickler. Er ist jetzt beim 129. Dungeon wieder, also er sieht den 129. Dungeon, wenn er da klickt. Also einen Gegner vorher, das heißt, er könnte den jetzt ganz normal wieder besiegen, Level 108, er könnte den jetzt ganz normal wieder besiegen, und würde dann nochmal Erfahrungspunkte bekommen, und Epics, und dann wäre er vielleicht wieder beim 130, den könnte er auch wieder besiegen, und würde dann nochmal Erfahrungspunkte bekommen, oder er sieht nur mehr 129. Jedenfalls, das darf er natürlich nicht, deswegen macht er es auch nicht, denn das ist ein offensichtlicher Bug, und wer das macht und ausnutzt, wird gnadenlos gesperrt, da kann ich auch eine Geschichte erzählen, ganz damals, wo es irgendwie nur die, die 9 Dungeons gibt, beziehungsweise gab, oder dann der 10., ich weiß nicht was, bei den 9 Dungeons, oder beim 10., jedenfalls, ich habe auch noch ein Bild, extra gespeichert, ich wusste nicht, wie soll ich mir das aufheben, was man sieht, nachdem man die ersten 9 Dungeons gereinigt hat, da gab es ja dann noch nicht den 10., 11., 12., 13., und da habe ich mir dieses Bild aufgehoben, vielleicht genau für Momente wie diese, da steht dann einfach, Glückwunsch, sie haben die 9 Dungeons bewältigt, jo, und ein nettes Bild von einem Drachen, Shakes and Fidget, jo, so sieht es aus, und das war eben ganz am Ende, ich habe es mir einfach mal spaßhalber gespeichert, und anscheinend wusste ich, wieso, man findet im Internet kaum noch Bilder von diesem Screen, und wenn dann sind, kann man an der Pilzzahl erkennen, genau, ist es genau mein Bild, ich war schon damals ein kleiner Pilzer, hier 400 Pilze, naja, jedenfalls, das soll nicht das Thema sein, denn, als man damals alle Dungeons gecleared hat, wie gesagt, ich weiß nicht, war es nach allen 9. oder nach dem 10. dann, jedenfalls, war dann ebenfalls, dass man irgendeinen Dungeon wiederholen konnte, und das haben natürlich von ein paar Servern ein paar schlaue Leute gemacht, und deren Accounts wurden lebenslänglich gebannt, jo, nicht so eine schöne Sache, denn die haben dann einfach mit Pilzen immer übersprungen, und Dungeon, 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 die waren dann 30, 40, 50 Level höher als alle anderen, und irgendwann dann auf einmal stand irgendwie keine Gilde mehr, und die lungerten dann herum, und haben nichts mehr gemacht, ja, so schnell kann es gehen, denn sowas, bitte, da braucht man gar nicht argumentieren, das ist ja wohl ein offensichtlicher Bug, dass man einen Dungeon mehrmals machen kann, und immer und immer denselben, und sich dann 50 Level dazu farmt, also noch offensichtlicher geht ein Bug ja gar nicht, und wer sowas ausnutzt, der wird natürlich ohne Vorwarnung gesperrt, weil sowas muss man auch nicht verwarnen, weil sobald das mal jemand gemacht hat, wenn das jetzt der Päpster machen würde, ich bin mir sicher, der schafft den 129. nach einigen Versuchen, wenn er jetzt schon den 130. sogar geschafft hat, und dann, ja, steigt er natürlich jedes Mal im Level auf, und steigt nochmal im Level, und steigt nochmal im Level, und das kann man, das kann, darüber kann eine, eine Spielefirma nicht hinwegsehen, und die kann dann auch nicht sagen, okay, bekommst du eine Verwarnung, mach das nie wieder, oder so, nein, so einen Bug darf man nicht ausnutzen, das geht einfach nicht, das kenne ich aus einigen Spielen, einige Vorfälle, und gab es auch schon in Shakes and Features sowas, also einfach Finger weg von sowas, wenn einem der Account nicht, wenn einem der Account lieb ist, yo, also, war echt genial gestern, ich hab dann noch so gefeiert, ziemlich coole Sache, also da freue ich mich schon, wenn ich dann noch von offizieller Seite was bekomme, was er denn dann sieht, wenn er auf Dungeons klickt, wahrscheinlich hätten die Entwickler einfach gar nie im Leben gedacht, die haben die Gegner ja so stark gemacht, die hätten wahrscheinlich nie im Leben gedacht, dass das jetzt so schnell jemand jemand schaffen wird, also schnell, es war ja gar nicht schnell, aber doch, dass es jetzt schon jemand schaffen wird, damit hätten die Entwickler wohl nicht gerechnet, deshalb haben sie sich da noch keine Gedanken gemacht, was man da sieht, aber meiner Meinung nach könnten sie auch einfach wieder dieses Bildchen zeigen, mit dem, mit dem Dungeon Boss, oder vielleicht irgendein cooles neues Bild, was dann wirklich nur der sieht, und da glänzt dann irgendwie alles, oder vielleicht, was ich ja gesagt hab schon mal, ich fänd's ja genial, wenn jetzt zum Beispiel der Päpst einen Goldrahmen bekommen würde, oder keinen Goldrahmen, sondern einen, dass man sieht, dass er alle Dungeons hat, irgendwie vielleicht einen Silberrahmen, einfach derselbe Goldrahmen, nur in Silber, dass man sieht, okay, der hat sich den nicht gekauft, durch den Rundum-Sinnlos-Button, sondern der hat den Silberrahmen wegen alle Dungeons, also sowas fänd ich noch cool, wenn der irgend sowas bekommen würde, ansonsten, jo, der hat das Spiel praktisch jetzt durchgespielt, hat ja lang genug gedauert, und nochmal Gratulation, ich hoffe, ich schau mal hier rein, ja, du Stern, 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 oh, das ist ja der falsche Server, aber schon mal sehr nette Post, ich da bekomme, da schau ich ganz natürlich rein, wenn mir das so jemand schreibt, so, das ist ja auf S5, hier ist das ja, blinkt die Post, nein, leider nicht, das ist noch vom 28.03., so, und hier habe ich aber auch was offen, denn ich habe auch einen Kommentar erhalten, wenn ich schon auf Server 5 bin, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein verrückter Server, ich soll mir mal einen Psy anschauen, Level 1, und schaut euch mal die Stats an, ich habe auch einen Level 1, aber der ist bei weitem nicht so stark, 17.214 Arbeitsstunden, das ist einfach nur verrückt, ich weiß nicht, wem dieser Charakter gehört, aber das ist einfach nur verrückt, der hat mehr Arbeitsstunden als zum Beispiel ein Päpster, das 17.000, das ist unglaublich, 1.155 gewonnene Kämpfe, 10 Abenteuer, 3.727 Gold verdient mit dem Level und 12 geworbene Freunde, also echt hammermäßig, solche Attribute mit dem Level, das, boah, also ich glaube, ich mache jetzt mal was, Waffe ausziehen, okay, bin nicht wirklich viel schwächer geworden jetzt, aber hauen wir mal den weg jetzt hier, schauen wir mal, das ist ja echt, 2.080 Leben mit dem Level, wie kann es denn sowas geben, das ist ja unglaublich, also da hat jemand wirklich sehr viel Motivation, da gab es sogar was für das Sammelalbum, da hat jemand wirklich sehr viel Motivation hineingesteckt, um einen starken Level 1er Charakter zu haben, die haben auch die Goldgräber, diese Gilde da, das sind nur Level 1er, aber ich glaube, so stark wie der eine ist hier, keine, oh, der hat auch 15.000, was zum Henker, echt wahnsinnig, da haben sich also ein paar Leute gefunden, 9.000 Arbeitsstunden, 17.000 der Psi, jo, das nur so am Rande, ein kleiner Ausflug, aber es geht ja hier um, mein Magier Tagebuch, um den hier, genau, Taverne, letzte Quest, ich hoffe auf eine Bonusmission, 114.000, ja, so eine mittelmäßige, Bonusmission, alles schon getrunken, und ideal getimed mit dem Drachen, noch 12 Minuten hält er jetzt, und ich habe auch einige Kommentare bekommen, oh mein Gott, Schilling, du musst aufpassen, wegen deinem Greifendrachen, aber wieso soll ich ihn mir neu holen, schau, jetzt hält er noch 13 Minuten, dann sind die 13 Minuten aus, und wenn ich ihn jetzt schon gekauft hätte, wäre ein Tag unnötig, weil dann läuft die Zeit, obwohl mein Abenteuerlust schon weg ist, also ich denke mir schon was dabei, ich meine, ich finde es zwar nett, dass ihr das immer sagt, und bitte liken, damit er es sieht, obwohl ich sowieso alle Kommentare sehe, aber, ja, ich kaufe mir den Greifen mit Absicht nicht, ich warte bis er ausläuft, außer wenn ich zum Beispiel mal, von einem Charakter das gemacht habe, immer leasen wegen dem Gold, also ich mir den immer hole, dann hält er schon 300 Tage, natürlich, dann kann ich sowieso nichts mehr machen, aber so lasse ich den immer auslaufen, ist ja kein Problem, der macht mich ja nicht stärker oder schwächer bei Gildenkämpfen, so viel dazu, so, bekomme ich heute vielleicht wieder eine neue Waffe, ich meine, neu ausgerüstet bin ich ja jetzt schon, von meinem Hut hier, Stärke, Stärke, Ausdauer, Glück, ja, das war aber echt, das war echt episch, und ich bin schon sehr gespannt, habe ich jetzt hier in die Post geschaut, ah, das ist ja schon wieder falsch, ist egal, ich habe schon in die Post geschaut, sowieso, ich bin schon sehr gespannt, was er mir schreiben wird, neue Waffe, neues Glück, der Schilling ist zurück, aber geniale neue Waffe, sauber, das ging ja schnell, bin schon sehr gespannt, aber es kann ruhig sein, es kann schon stimmen, dass man dann einfach den 129. Dungeon wieder sieht, weil das, wie gesagt, war ja schon mal, wo dann einige Leute, ich glaube eine ganze, eine halbe Gilde fast irgendwie, die das dann ausgenutzt haben, die wurden dann einfach weggesperrt, also nicht hier eingesperrt, sondern die Accounts einfach für immer gesperrt, weil natürlich, wenn die das nicht gemacht hätten, hätten ja die anderen Leute vom Server dann keinen Bock mehr gehabt, da weiterzuspielen, wenn die schon 50 Level höher sind, nur weil die einen Bug ausnutzen. Oh, übrigens, hier muss ich ja, EPX 26, und, da muss ich hier noch eintragen, aus dem WC 1, so, na, schauen wir mal, wie der Counter noch weitergehen wird hier, also, erstmal in den Dungeon schauen, grausiger Kremlin, 144, nein, der ist es nicht, 142, Feuerelementar, und genau das schwarze Phantom, hätte ich mich eigentlich erinnern müssen, aber egal, wow, Beratenhut, wieso muss es ein Hut sein, ich bekomme einen Hut, apropos, 10.000 Lebenspunkte nur, aber, ich bekomme einen Hut aus der Toilette, und dann hier wieder einen, das muss ja nicht sein, das muss ja, das muss, das muss ja wirklich nicht sein, oder? Nein, 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 das kann ja nicht sein, schade, also, EPIC, okay, aber, wieso musste es, wieso musste es genau sowas sein, wieso noch? so, das heißt, der nächste Gegner, jetzt war das Feuerelementar, Intelligenzgegner, deshalb, kann ich jetzt nichts umrüsten, weil ich es ja gerade verkauft habe, ich dummdödel, aber, ich wollte Knepig verkaufen, eben wegen der Toilette, und ich habe ihn auch so geschafft, das ging ja easy, 2,61 Millionen, und Stufe 110, jetzt geht es vorwärts, jetzt wird mal Tempo gemacht hier, mit den letzten 33 Dungeons, die mir noch fehlen, jetzt geht es wirklich, einer nach dem anderen, segnet hier das Zeitliche, das könnt ihr, könnt ihr alle vergessen, du bist der nächste Geschickgegner, komm, du brauchst mich gar nicht angreifen, Junge, du wirst sowas von sterben, du wirst sowas von sterben, yeah, was geht denn heute ab, das hat es ja ordentlich gebracht jetzt hier, was geht denn da ab, einer nach dem anderen, stirbt hier, Trago der Kälte, oh nein, oh 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 nein, oh nein, oh 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 nein, oh nein, oh 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 nein, der war es nicht, nämlich der Magma Gigant, uh, hmm, Stärkegegner sind immer so eine Sache, da muss ich echt so fette Kritz raushauen, mal einen Kampf anschauen, ui, ich hasse Gegner, die diesen Stein haben, irgendwie, kommt mir der immer so, prall gefühlt vor, als ob mich der sofort wegrollen würde, au, 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 magma Gigant, geh nach Haus, ich glaube, aber Moment mal, na doch, das ist der nächste, ist hier das Ende der Fahnenstange, 150er, aber ein Geschickgegner, ich glaube, den könnte ich sogar noch eher schaffen, als den Krieger, wow, da habe ich noch knapp überlebt, ich glaube, bei dem habe ich echt noch mehr Chancen, als bei diesem komischen Krieger, Heinzi, weil der, bei den Kunis ist ja normal immer nur das Ausweichen, aber, als Magier zeige ich ihm den Mittelfinger, wenn er ausweichen möchte, ha, 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 hm, war es das schon wieder mal, 2, 3 Dungeons und dann ist schon wieder Schluss, ich meine, okay, wenn ich jeden Tag 2, 3 Dungeons schaffe, dann wäre das ja, episch genial, ein Versuch war gut, jetzt fühle ich mich schon langsam gerade so wie, wie Päpster, der ist sicher auch immer verzweifelt, der hatte sicher manchmal Versuche, wo er gar nichts gemacht hat, gar keinen Schaden und dann so ein guter Versuch, mich würde, mich würde, ich hätte echt, ich hätte echt gerne seine Reaktion gesehen, der hat wahrscheinlich, keine Ahnung, die Maus geküsst und, den Bildschirm fast eingeschlagen und, einen Regentanz aufgeführt, keine Ahnung, der hat sich sicher, ordentlich einen Ast abgefreut, jetzt hätte ich mich auch natürlich, bei 130 Dungeons, aber, ja, yes, danke schön, danke, hat ja echt gedauert, boah, jetzt ist Steigerung, ist aber heftig, jetzt schon fast 3 Millionen für einen, und Stufe 111, also jetzt geht's aber mal schön dahin, jetzt müsste eigentlich hier trotzdem der Riesendrache der nächste sein, jawohl, 148, schon wieder ein Krieger, da skill ich doch mal noch die Stärke, wieso kommen jetzt immer nur die Krieger, ich habe zum Glück keine Intelligenzgegner, weil ich habe jetzt nichts zum Auswechseln, oh, das ist, das ist ja mal echt uncool, nein, der wird noch warten müssen, glaube ich, auf die morgige Abenteuer, los, wenn ich dann wieder voller Kampfeslust bin, dann wird der sterben, der Riesendrache, na jo, komm, 3, 2, 1, und meins, oh, das war noch ein schöner Versuch, okay, okay, 6 Minuten, mein Greifendrache verlässt mich auch gleich, aber ich lese ihn jetzt noch nicht gleich neu, und das würde ich euch auch raten, weil dann spart man sich immerhin einen Tag, ist ja nicht schlecht, wenn man das gut timet, natürlich muss man aufpassen, vielleicht macht man sonst die Abenteuerlust ohne dem, aber man merkt es sowieso gleich bei der Quest-Dauer, dass man da kein Reittier mehr drin hat, so, ein Kampf, geht sich jetzt noch einer aus, ich bin Rang, jawohl, Rang 138, da geht es auch, jetzt greife ich mal direkt hier einen an, der hat Tränke drin, aber, hoppala, 2800 Arbeitsstunden schon, der scheint sehr gut geskillt zu sein, aber egal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, der Big Boss wird dran, jawohl, okay, also das hätte ich mir jetzt, oh, okay, okay, ich nehme alles zurück, wollte gerade sagen, das hätte ich mir jetzt schwieriger vorgestellt, aber am Anfang, am Ende hat es dann noch, schön, gemacht, okay, ich glaube das erste Ziel, was ich erreichen werde, ist Top 100, da fehlt mir ja echt nicht mehr viel, diese 30 Plätze, die, die habe ich da gleich in einer Woche, jo, also, das kann ich schon bald erreichen, mal schauen, was, was sieht, wie sieht es denn hier so aus, 260 der erste, 246, 252, ja, und dann, eine sehr große Pause erstmal, dann sind die ganzen 200er, jo, also, da kann man, da werde ich auf jeden Fall noch mitmischen können, vielleicht sogar in den Top 50, mal schauen, was der Magier hier so weitermacht, also, jetzt alles weg, und, noch einen, Bild, einmal noch auf Pepstar, Pepstar, wir feiern dich, und zwar mit dem hier, okay, und auch alle Verschwörungstheorien, die ich so höre, wenn man ein- und ausloggt, und dann genau auf den linken Hut setzt, und dann verliert man, und dann nochmal setzt, und dann gewinnt man, das ist alles nur Glück oder Pech, das stimmt nicht, das stimmt überhaupt nicht, aber, was es gibt, Ah Mann, komm, zeig den Kopf, was natürlich geht, das ist eine alte Casino-Methode, aber, da kann man auch sehr viel verlieren, zum Beispiel, ich setze jetzt einen Pilz, ich setze, ich suche mir ein Hütchen aus, und da wette ich immer drauf, zum Beispiel auf das mittlere, ich setze einen Pilz, verliere, dann setze ich immer das Doppelte, setze zwei Pilze, verliere, setze vier Pilze, verliere, setze acht Pilze, und dann ist endlich mal dabei, dann habe ich praktisch, durch die acht Pilze, 16 gewonnen, und vorher habe ich schon welche verloren, und das ist immer so viel, gewinnt man dann am Ende, wie der erste Einsatz ist, das heißt, ich habe insgesamt 15 Pilze dann verloren, durch das Einsetzen, und 16 am Ende bekommen, wenn ich jetzt anfange mit 10 Pilzen, zum Beispiel, setze ich jetzt 10 Pilze, auf den mittleren, dann verliere ich 20 Pilze, auf den mittleren, dann 40 Pilze, auf den mittleren, dann 80 Pilze, auf den mittleren, und dann, 160 Pilze, auf den mittleren, vielleicht, und wenn ich dann gewinne, bekomme ich 320 Pilze, habe aber vorher schon 310 gesetzt, das heißt, ich bekomme wieder 10, aber, Problem ist hierbei, angenommen, ich setze so oft, bis ich dann zum Beispiel, gleich, 6400 Pilze setzen müsste, dann geht es nicht mehr, dann ist es vorbei, und dann habe ich, 6000 Pilze, oder wie viele man gesetzt hat, verspielt, nur für die Chance, dass man 10 gewinnt, oder einen vielleicht sogar, also, das ist auch so eine Taktik, die man machen kann, das nennt sich, System spielen, im Casino, kennt man das auch, da setzt man zum Beispiel, immer auf Rot, so lange, bis man gewinnt, und verdoppelt immer den Einsatz, das ist keine Zauberei, aber, ja, kann auch, kann auch schön in die Hose gehen, für das, dass man dann 1, 2 Pilze gewinnt, ziemlich riskant, würde ich nicht machen, habe ich schon mal gemacht, aber, ja, rate ich jedenfalls, davon ab, ja, so liebes Tagebuch, nach diesem Einblick noch ins Casino, und fetten Level 1 an, und nochmal, was wird es nach 130 Dungeons geben, schließe ich dein Tagebuch, und spreche den Zauberspruch, der lilanen Fashion Victims, schließe ich, schließe ich, schließe ich,